Musik Es soll Autofahrer geben, die damit zufrieden sind. Für alle anderen gibt es den Original Opel Service. Steinschläge an der Windschutzscheibe können schnell gefährlich werden. Deshalb achten wir in der Direktannahme auch auf kleinste Glasschäden. Unser Glasservice schafft in den häufigsten Fällen schnelle Abhilfe, ohne dass die Windschutzscheibe ausgetauscht werden muss. Und das Beste daran? Dieser Service wird in der Regel von Ihrer Teilkaskoversicherung übernommen und ist somit für Sie kostenlos. Ein Spezialharz füllt Steinschläge in der Windschutzscheibe auf und verhindert ein Reißen der Scheibe. Bereits nach 30 Minuten ist die Scheibe wieder belastbar. Der Opel Glasservice – eine schnelle und sichere Lösung, die Ihren Geldbeutel schafft. Der Opel Glass Untertitelung des ZDF, 2020